Willkommen meine Freunde von Fettspielen zu einem neuen Let's Play Flash hier auf unserem YouTube Channel. Ich bin Tim und ich spiel vor euch Pixel Toilet 2. Ja, ihr habt richtig gehört. Hier geht's um Pilze. Und, ja, muss ich das jetzt erklären? Oh oh, die Pilze waren nicht sonderlich gut. Da drück ich auf Play. Wenn ihr spielen wollt, müsst ihr einfach mit eurer Maus hier rechts auf hier spielen gehen und ihr könnt direkt loslegen. So, ich fang jetzt mal an. Start. Und zwar ist Pixel Toilet ein Catapult Game hier in einem richtigen Oldschool Design und es ist einfach herrlich, sag ich euch. So, ihr müsst jetzt hier den richtigen Abschuss erwischen. So, sehr gut. Ja, jetzt kann man hier spülen, wenn ihr auf ihn klickt. Sehr gut. Bam, bam. Und sammelt dabei Extras ein und müsst so weit kommen, wie ihr könnt. So, ihr gewinnt immer Geld und Pilze sammelt ihr auch ein. So, jetzt kann man hier in den Upgrade Shop gehen und sich Upgrades kaufen. Yeah. Allein die Musik ist es schon wert. So, jetzt schauen wir mal hier. Wie viel haben wir? 1900. Wir brauchen aber wesentlich mehr Geld, wie ihr seht. Das reicht alles noch nicht, deswegen starten wir nochmal. So, der Winkel ist so besser. Zack. So, da spülen wir gleich mal ordentlich durch hier die Schoße. Ah, da kommt so eine doofe Katze angefahren. So, sehr schön. Da ist ein Pilz. Genau. Puh, 4700. Da starten wir doch direkt nochmal. So, wenn es ganz oben ist, müssen wir drücken. So, so. Also, ich liebe einfach Catapult Games und das ist echt so saufwitzig. Ich meine, ich sitze hier auf einem Pott, ja? Und fliege durch die Gegend. Wie herrlich ist das denn? So, äh, ja, nein. Scheren wollen wir nicht. Upgrade Shop. Nein, komm, wir starten nochmal. Dann können wir uns gleich ein dickes Upgrade kaufen. Jawoll. Ja, ja. Was geht hier ab? Die Pilze waren echt gut. So, jetzt seht ihr auch direkt hier oben. Ich habe ein Upgrade gekriegt. Jetzt kann ich direkt in den Upgrade Shop gehen und mir eins kaufen. Uh, hier den Anzug. Was meint ihr? Den kaufen wir uns. Yeah. Hier, jetzt hat er gleich auch den Anzug an hier. Jetzt bin ich natürlich wesentlich wünschen, Digga. Ja, ja, da kommt die Wurst. Passt auf. Ich meine, was geht denn hier ab bei dem Spiel? Wie witzig ist das bitte? Was mit dem Engel hier oben? Ja, das war direkt ein richtig guter Flug. Dann machen wir gleich noch einen, würde ich sagen. So. Spüle mal hier ordentlich. Ja. Mhm. Genau. So sieht es nämlich aus. Machen wir hier. Dann noch einen Pilz eingesammelt. Man sollte nicht zu viele Pilze einsammeln, sonst wird es etwas crazy hier. Ähm. Können wir schon ein neues... Ne, wir machen noch einen Start. Wir können ja mal einen flachen machen. Einen Flachkörper quasi. Auch nicht schlecht, oder? Was meint ihr? Hier so hüpfenderweise. Trinkt uns allerdings nicht ganz so viel Geld. Aber 10.000 haben wir trotzdem gemacht. Können wir direkt rein in den Shop und die ausgeben. Ähm. Was können wir uns dafür holen? Hier oben. Bessere Reifen für unsere Toilette. Und das Schöne ist, man sieht die auch direkt hier unten an die Reifen. Das ist so gut gemacht, finde ich. So. Weiter geht's. So. Und wenn ihr mal das Ende von diesem Spiel erreichen wollt und die ganzen Upgrades auch auschecken wollt, dann geht einfach hier mit der Maus auf hier spielen und zockt mal eine Runde. Schreibt mir in die Comments, wie ihr es findet. Ähm. Ich bin Tim und ich bin zu Ende, am Ende, mit diesem Spiel. Macht's gut. Ich bin Tim und 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 ich bin und ich bin